so was haben wir hier tolles von den brühe wieder technik teile ok die mutieren schon da war wohl jemand fleißig schon noch eigentlich so kämpfen lassen ich frage mich nur ich glaube nur in die richtung wenn ich das so richtig sehe den lassen wir kurz obwohl kann mir das hier tacke machen so und diesmal wieder nach unten zuerst wollte ich ihn nach unten gehen lassen aber dann habe ich mir noch mal anders überlegt eliminieren die wachen wie viel haben wir denn hier haben wir hier einmal diesen kameraden so noch den hier oder noch zwei und da noch einer und dann hätten wir es glaubt so bleibt doch doch jetzt noch zusammenbleiben können aber ich kann noch nicht einen nach dem anderen vornehmen wo schätzt du ihn gerannt da hinten der war klar und der andere sammeln ich da hinten noch das blaue dings da achten aber so ein technik teil holen uns das noch kurz bevor wir die letzte wache kaputt machen so hier unten so und wo ist der letzte der ist mir so ein bisschen entwischt ach da hallöchen da schaut die wand an okay so und jetzt müssen wir den aufzug oder wieder da oben hängt was war das ist alles okay mission ausgeführt wovon redest du bitte der aufzug erst außer betrieb du hast den aufzug lahm gelegt etwas übertrieben findest du nicht ganz ruhig ich sag einfach du warte warum nicht ein eintrag mehr in der akte tut auch nicht mehr weh okay und was war der sinn dahinter dass wir jetzt hochkrabbeln können aber natürlich auf das grüne zeichsachen müssen und dann natürlich wieder ein lüftungsschacht achtung wichtige durchsage spider-man ist in der einrichtung zuerst gesehen in richtung quarantänebereich mit großer artenkreuzung beide ziele haben priorität eins der großbrunsch will bald lebendig ich meine mr osborn persönlich aber wenn aus versehen keine beträumungsmittel in der waffe sind sondern kugeln dann warum ist es osborn wichtig dass spiderman lebt ich frage mich gerade viel mehr warum die wissen dass spiderman da ist ich meine ich bin doch jetzt hier wie so ein assassine vorgegangen und wir haben noch eine zweite artenkreuzung hier sieht man irgendwo hier die ganzen krallenspuren wenn man hier schaut das sind drei das heißt nicht freddy krüger sondern wolverine ist irgendwo da weil der drei hat alter was war das das müssen wir auch noch auswägen das finde ich aber gar nicht nett tja mein kollege zu langsam gleich kommt er wohl wieder auf der geraden hier nein ich hab schon ein halb geahnt wie es hier aussieht halt deine freunde nah bei dir aber deine feinde noch näher zerstör die generatoren mit den wachen okay hier rennt so ein mechanischer freund rum nur einer wenn wir zu netzgriffen mitgegenern auf objekte außer reichweite zu werfen netzgriff ich hab nen netzheap aber egal hallo ha sehr nice ist heute noch einen zweiten kollegen hier ist ja die wand noch aktiv oder kann ich da jetzt durch ich kann ja nix greifen ach so objekte gehen auch oder ich nehme einfach den hier ha 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 so schau es aus ich höre noch irgendwo so was glitzeriges ach unter mir so und wir müssen wir müssen verfolgt doch den bösen geht doch nicht auf den spidey der machte wieder seinen blöden angriff da habe ich ja total vergessen ich wollte euch wieder so einen sprung zurück machen warum hat der sein gemacht okay verstehe ich jetzt nicht so ganz noch kommen jetzt springt er nicht zurück so geht das hat dem jetzt nichts gemacht so ein bisschen bisschen die schon kann ich den eigentlich in die grüne pampe da reinschucken so auf den ach so irgendwie macht das den gar nichts kann nicht sein irgendwie macht das glaube gar nichts dass ich immer so in die luft springe dann so eine kickattacke machen so und und bam zum einsammeln gibt es hier nichts mehr deshalb schauen wir mal weiter gelogen da ist auch Müll aus dem Müll einmal rausgeflogen den müssen wir natürlich einsammeln so hier haben wir was wie sieht es da hinten aus irgendwo habe ich doch wieder was gehört hier so kann man den ausschalten indem wir so machen dann angriff und zack soll ich ja wieder so arten kreuzungen hier hört sich an wie so zombies die geräusche hier waren wir doch schon mal jetzt kommen noch sehr bekannt vor aber diesmal sind ja auch noch hier die einheiten die machen wir gleich kaputt bevor die auf uns schießen so hier haben wir noch ein comic schießen wir da mal da drauf so aktivieren das hier ach ne da schon nochmal eine ach komm ich springe wir erstmal hier hin machen wir erstmal so dann machen wir so wir gehen jetzt erst zu den dingen so zack haben wir auseinandergerissen und achso der schmied aktiv dann halt noch einmal achso shit das war ja unter zeitdruck das ganze so aktivieren okay erstmal einmal im kreis laufen dann aktivieren so und nein kann ich jetzt hier nicht so ein sprint hinlegen okay dann halt nicht so ich hoffe die sind kaputt nicht deaktiviert sondern kaputt bitte so das kennen wir doch auch schon mit den ventilatoren gehen euch den ganzen weg wieder zurück wo wir damals rausgegangen sind weil das ist ein bisschen mehr grünisch und mehr artenkreuzung hier rumschwirren so jetzt haben wir hier wieder einmal eine interaktion so diesmal probiere ich einfach hier durch zu jumpen oh nein ach fuck die machen hier gleich dicht nein haja das zieht mich auch überall wow das tritt sich da nach oben wie unfair okay mit den geschützten sollten sich wohl lieber nicht anlegen so und wir sind glaube na wir sind glaube noch im ersten raum na komm hier zerstören bitte na hallo na komm hallo was war das wieder von der blöde steuerung na hallo na hallo spring doch weg du hallo kann der auch mal hier dankeschön hei 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 hier und herrscher raum wäre gesichert ja toll danke dass du im netz springt durch die lese durchmachs Spidey, so war das nicht geplant. So war das ganz und gar nicht geplant. So, dann nochmal auf zu Raum Nummer 2. Okay, das ist schon mal an sich ein bisschen schwieriger, weil der direkt halt da hin zielt. Machen wir den mal inaktiv. Wir springen da hoch. Da kann man es schön sicher machen. Na komm. Na komm. Warum zielt der mal automatisch da unten hin? Spidey, du hast gesoffen. Ganz einfach. Weil der mir einfach immer woanders hin zielt. Ja! Nein! Das gibt es doch nicht. Und das ist vielleicht nicht mehr woanders hin. Ich glaube, ich bin jetzt ein wenig schlimmer. Ich zeige das nicht. Ja!